Eine der häufigsten Diskriminierungserfahrungen für trans-, inter- und nicht-binäre Personen ergibt sich aus der für viele zistiatische Personen vermeintlich unproblematischen Einordnung von Personen in weiblich oder männlich auf der Basis des äußeren Erscheinungsbilds, der Stimme, des Namens oder des Geschlechtseintrags in den IT-Systemen der Universität. Daher ist es für uns als KollegInnen, Lehrpersonen und Vorgesetzte zunächst wichtig anzuerkennen, dass wir nicht ohne weiteres auf Basis dieser Merkmale und Daten auf die Identität anderer schließen können. Stattdessen ist es besser, die betreffende Person zu fragen, wie sie gerne angesprochen werden möchte und welche Pronomen sie verwendet. Hierfür bietet es sich an, dass Sie sich zunächst einleitend selbst mit Namen und Pronomen vorstellen und die Person anschließend nach ihrem Namen, ihrer Anrede und ihrem Pronomen sowie gegebenenfalls nach ihrem Anliegen fragen. So würde ich beispielsweise am Anfang eines Gesprächs sagen, guten Tag, mein Name ist Doktorin Sophie Weibrew, meine Pronomen sind sie ihr. Wie darf ich sie ansprechen und womit kann ich Ihnen weiterhelfen? Auch im Englischen bietet sich diese Möglichkeit an. Good morning, my name is Dr. Sophie Weibrew and my pronouns are they them or she her. How may I address you and how may I help you today? Allgemeine Informationen zu Anrede und Pronomen. Grundsätzlich ist es noch wichtig, dass es neben den im deutschen Sprachraum geläufigen Pronomen sie ihr und er ihn auch noch sogenannte Neopronomen gibt und dass sie diese verwenden sollten, wenn sich ihnen eine Person mit diesen vorstellt. Beispiele für diese Neopronomen sind they, denen, deren, werden, hen, hen, hens, per, per, pers, xir, xim, xis. Darüber hinaus wird von manchen inter- und nicht-binären Personen im Deutschen die Anrede Person oder pers verwendet. Im Englischen werden häufig die Pronomen they, them, theirs und die Anrede mix, geschrieben mx, verwendet. Gewöhnung an neue Pronomen. In jedem Fall ist es bei der Gewöhnung an neue Pronomen oder ungewohnte Anreden hilfreich, diese zu üben, wenn sie länger oder regelmäßigen Kontakt mit der betreffenden Person haben. Überlegen Sie sich hierfür ein paar Satzbeispiele mit dem Namen der Anrede und den Pronomen der Person und wiederholen Sie diese mehrmals im Kopf. Falls Sie trotzdem die falschen Pronomen oder Anrede verwenden, korrigieren Sie sich einfach kurz im nächsten Satz. Wichtig ist auch noch anzumerken, dass zwar mit der Verwendung bestimmter Pronomen häufig auch eine Zuordnung zu einer Geschlechtsidentität verbunden ist, dies hier noch nicht immer der Fall ist. So verwenden beispielsweise manche nicht-binäre Personen aus unterschiedlichen Gründen sie oder er, aber verstehen sich trotzdem weder als Mann noch als Frau. Verwendung des Vornamens. In informellen Situationen können Sie auch den Vornamen einer Person verwenden, wenn Sie deren Pronomen nicht kennen. So können Sie beispielsweise sagen, das ist Sophie. Sophie erklärt gerade Möglichkeiten zur sprachlichen Integration von trans-, inter- und nicht-binären Personen. Es kann auch vorkommen, dass Sie nicht-binäre Personen bitten, statt bestimmten Pronomen ihren Namen zu verwenden. Am Telefon. Natürlich kann es gerade während eines Telefonats passieren, dass Sie den Namen oder die Pronomen Ihrer Gesprächspartner nicht verstehen oder sich keine Gelegenheit bietet, um nachzufragen. In diesen oder ähnlichen Fällen empfiehlt es sich, auf geschlechtsspezifische Anreden wie Herr und Frau zu verzichten und stattdessen bei der Höflichkeitsformel, Sie und Ihnen zu verbleiben. So können Sie beispielsweise sagen, guten Tag, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Falls es aus rechtlichen Gründen nötig sein sollte, die Identität einer Anruferin zu überprüfen, fragen Sie diese einfach nach Ihrer Adresse oder dem Geburtsdatum und gleichen Sie diese mit den Ihnen vorliegenden Daten ab. Bei Veranstaltung. Bei Veranstaltung bietet es sich prinzipiell an, auf Namensschildern auch die Pronomen der anwesenden Personen zu vermerken. Hierfür können Sie diese entweder im Rahmen der Anmeldung erfragen oder bei der Registrierung am Veranstaltungsort Sticker mit verschiedenen Pronomen zur Verfügung stellen, die die TeilnehmerInnen selbst auf ihre Namensschilder kleben können. Verwendung von geschlechtsneutraler Sprache. Eine weitere Möglichkeit, um trans-, inter- und nicht-binäre Personen den Hochschulalltag zu erleichtern, ist die Verwendung geschlechtsneutraler Sprache. So können Sie mithilfe des Gendersterns geschlechtliche Vielfalt sowohl in geschriebener als gesprochener Sprache sichtbar machen. Beispielsweise, meine KollegIn hat mich gebeten, mit Ihnen zu sprechen. Hierbei machen Sie beim Sprechen oder Lesen einfach eine kurze Pause anstelle des Gendersterns. In der direkten Interaktion oder beim Abklären von Fragen mit KollegInnen können Sie auch Passivformulierungen verwenden, die den direkten Bezug auf die Person und ihr Geschlecht vermeiden. So können Sie statt, ich habe hier einen Studenten mit einer Frage zu Prüfungsangelegenheiten, einfach die Frage in den Mittelpunkt stellen. Ich habe hier eine Frage zu Prüfungsangelegenheiten. Schutz der Privatsphäre. Ein letzter wichtiger Punkt zu diesem Thema betrifft den Schutz der Privatsphäre für trans-, inter- und nicht-binären Personen. So sollten Sie es vermeiden, ohne Zustimmung der betreffenden Personen, Informationen darüber, ob eine Person trans-, inter- oder nicht-binär ist oder welchen Namen oder Geschlechtsentrag sie vor der Transition hatte, sowie ob sie sich in der Transition befindet, mit anderen zu teilen. Sie können jedoch gerne andere KollegInnen korrigieren, falls diese die falschen Pronomen oder den falschen Namen verwenden. Sagen Sie dazu beispielsweise, Sophie verwendet im Deutschen Sie ihr Pronomen oder verwenden Sie im nächsten Satz den richtigen Namen oder die richtigen Pronomen. Auch hier empfiehlt es sich jedoch, die betreffende Person vorher zu fragen, wenn sie sich nicht sicher sind.